Ich werde safe als Cheater gemeldet. Shurek, hier ist noch ein EM-2 und eine Snipe. Ich werde sowas von safe als Cheater gemeldet. Alter, guck mal, was sammelt bloß. 1, 2, 3, 4. Ach, scheiße, weil wir rausgegangen sind. Oh, kacke. Digga, guck mal, wo du trammelst. Digga, war ganz gut, dass wir abgehauen sind, glaube ich. Ja. Ey, ich sag ja, wer wohnt da von allen Seiten gelöffelt. Markierer Vorratsstation. Achso, wir haben ja hier eine Kohle, dann brauchen wir noch nicht zum Shop. Dann wollen wir Feuerwehr noch ein bisschen machen. Bisschen hier. Shurek, hier ist noch eine Platte. Ja, nimm mit, wir treffen uns Feuerwehr. Military 1, Mosey. Kontakt! Na, lass die Wörter stehen, dann denken sie vielleicht das Sicherung kommen rüber, ihr Laufen. Mosey ist weg. Ich hätte ein Geschütz hingestellt auf die Gläuter oder so. Ja, aber das geht nicht mehr, das geht. Doch, geht noch, aber nur mit Moonbox. Nicht Flötenbox. Nee, Wörter fährt er nicht mehr. Wörter fährt er nicht mehr. Ach, scheiße. Ist doch kacke, Alter. Klingt also auf. Auf dem Dingsseil hat es nicht funktioniert, auf dem haben wir ja. Soll ich das Kopfgeld anschmeißen, oder? Ja, mach. Ah, jetzt bin ich noch vorbei. Gibt's mehr die Platte noch? Ja, warte, ich schmeiße gleich den Turm runter. Ich hab noch drei, Digga. Willst du arm? Nee. Okay. Du, die schmeißt du schon. Hör, wie das aussieht, wie die runterfällt. Ich hab zwei gedroppt, ist die andere angekommen? Jaja. Okay. Äh, noch ein Mosey? Kontakt! Wie bitte? Bin dran. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Na, er ist in the Labyrinth. Wollen wir ihn Puscherellan und kaputt machen, oder? Ja, ja, ja. Hat ein Lodi geholt? Oh, 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 oh. Schmeckt schon auf mich? Wie scheiße, Alter. Mosey ist genockt. Mosey habe ich. Kein Team Swipe. Wie kann er sich denn so schnell Lodi holen, Alter? Oh, Entschuldigung, so Zweike aus Versehen. Mit einer Machete. Ich hab nur noch einen Schuss. Fahrzeug deaktiviert, Shieldbreak einer. Ja. Jungs, ich muss mir immer einzelne Platten holen, der hat mich hier so abgefuckt, dieses Arschloch. Mach mal noch eine Drohne anbinden, du kannst? Gebietsaufklärung beginnen. Oh ja. For uns. Bedrohung rot, Shurek, komm mal zurück. Er sitzt auf der Mauer. Yeah. Digger, wie willst du es erzählen? Er kommt, Shurek. Wo ist er? Wo ist er? Drono, guck Drono. Ja, ja. Der cheater, du bist so ein Hundesohn. Ich krieg nicht mal die Killcam, Alter. Er hat mich so weggerürzt, Alter. Mann, ey, was ist denn hier schon wieder los? Ich höre, ich habe langsam auch keinen Bock mehr. Es kotzt mich so an, Alter. Ich konnte nicht mal reagieren. Ich habe ihn gesehen. Er fing bei mir. Bravestar, er ist links. Links, er kommt zu dir in Spawn. Er ist bei dir an der Ecke links. So, Mann. Merkst du, wie oft ich richtig gemacht bin? Hehehe. Na, Gott sei Dank, ja. Du bist auf die Front. Aber wenn du verlierst... Ja. Ja, Gott. Du bist auch gemeldet. Bam! Bam! Dir in die Fresse geschossen, du Wichser. Digger, so haben sie es bei mir jetzt drei Mal im Kulak gemacht. Ich dachte, ich probiere das jetzt auch. Und siehe da, es hat funktioniert. Ja. Aber der sah gut aus, oder? Ja, wie meiner. Bloß, dass ich den mit der Kav gemacht habe. Da um die Ecke gesprungen und pop, pop. Geil.